Der Weißseitendelfin ist ein Kurzschnauzentelfin, der in den kalten bis gemäßigten Regionen des nördlichen Atlantik anzutreffen ist. Merkmale Mit einer Körperlänge von maximal 2,80 Metern bei den Männchen und 2,50 Metern bei den Weibchen ist der Weißseitendelfin ein wenig größer als die meisten Delfinarten. Dabei erreicht er ein Gewicht von 200 bis 230 Kilogramm. Das Hauptkennzeichen dieser Art ist der große, weiße bis gelbliche Fleck, der beidseitig hinter der Rückenfinne beginnt und sich an den Flanken der Tiere entlang zieht. Das Kinn, die Kehle und der Bauch der Tiere sind weiß, die Flipper, die Finne und der Rücken sind bis auf den Seitenfleck dunkelgrau bis schwarz. Ein weiterer, kleinerer, weißer Fleck befindet sich außerdem unterhalb der Finne. Darunter zieht sich ein hellgrauer Streifen von der Schnauze über die Augen und die Flanken bis zum Schwanzstiel. Die Weibchen erreichen ihre Geschlechtsreife mit 6 bis 12 Jahren, die Männchen mit 7 bis 11 Jahren. Die Tragzeit dauert 11 Monate und die darauf folgende Stillzeit dauert eineinhalb Jahre an. Verhalten Weißseiten-Telfine bilden Gruppen, die abhängig vom Lebensraum in ihrer Größe variieren können. Dabei bilden sich im Bereich von Neufund Landgruppen von etwa 60 Tieren, während die Gruppengröße um Island deutlich kleiner ist. Aufgrund von Magenanalysen konnte festgestellt werden, dass die Hauptnahrung der Tiere aus Fischen wie Makrelen und Heringen sowie aus Tintenfischen besteht. Die Tiere sind akrobatisch und verspielt und kommen auch nahe an Boote heran, um auf der Bugwelle zu reiten. Sind jedoch etwas zurückhaltender als der gemeine Delfin und der Weißschnauzentelfin-Verbreitung. Der Weißseiten-Delfin lebt ausschließlich im nördlichen Atlantischen Ozean. Er lebt dabei im Küstenbereich von Neufund Land und Cape Cod sowie im Meeresbereich zwischen Großbritannien, Island, Grönland und Norwegen. Auch in der Nordsee ist er anzutreffen. Man geht dabei von aktuell zwischen 200.000 und 300.000 Individuen aus. Bedrohung und Schutz Der Weißseiten-Delfin wurde früher im gesamten Bereich zwischen Norwegen und Neufund Land bejagt, heute werden nur bei den Föhren noch Tiere erlegt. Dabei handelt es sich um etwa 1.000 Tiere im Jahr.